CQ CQ Allgemeiner Anruf hier auf Zello auf dem Kanal Zello Funk Radio. CQ CQ Allgemeiner Anruf. Hallo liebe Zello Freunde. Heute habe ich einen kleinen Tipp. Nämlich möchte ich euch das Sony Xperia Tipo vorstellen. Natürlich wie immer nur in Verbindung mit Zello. Ich habe dieses Smartphone bei der Post für 13 Euro gekauft. Und genau das macht es interessant für Zello. Das kleine Smartphone eignet sich ideal als Zello Alone Device. So habe ich auch nur Zello auf dieses Gerät installiert. Und kann jetzt unabhängig von meinem Haupthandy auf Zello an diversen Gesprächen teilnehmen. Wir kennen das doch alle. Wir haben eine interessante Runde auf einem guten Kanal mit guten Freunden. Gleichzeitig wollen wir aber noch lesen, was da Neues im WhatsApp reinkam. Die ständige Wechselerei von App zu App fällt nun weg. Und das für nur 13 Euro. Zudem ist es sehr klein und handlich. Ich kann es auch schnell mal aus der Tasche ziehen. Und es ist sofort einsatzbereit. Eins, zwei, drei, Test. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, Test. Eins, zwei, drei. Aber man könnte es natürlich auch der Freundin schenken. Als Zello Alone Device ist es auch wirklich nur mit Zello installiert. Der große Button zeigt das ja hier schon. Auf Zello klicken und los geht es. Test, Test, eins, zwei, drei. Test, Test, eins, zwei, drei. Oder eine weitere Einsatzmöglichkeit wäre es einfach zu Hause zu lassen. Quasi als Funkanlage. Ich kann jederzeit mit meiner Familie zu Hause kommunizieren. Das Gerät ist im Haus und die Eltern, Kinder oder Partnerin können auf das Gerät zugreifen und mit mir kommunizieren. Bei 13 Euro eine kleine Investition und bleibt es immer zu Hause, dann brauche ich nicht mal eine SIM-Karte einzulegen. Das WLAN reicht dann völlig aus. Ich habe es seit einem Monat und möchte es in der Zwischenzeit nicht mehr missen. Das Mikrofon und der Lautsprecher sind sehr gut. Die Modulation wird von den anderen Zello-Usern gelobt und ich höre die Zello-Freunde klar und deutlich. Selbst die Lautstärke ist recht hoch, wenn man mal draussen auf der Strasse ist. Das Display ist sehr gut lesbar. Was will man mehr für Zello? Rundum kann ich dieses Smartphone für Zello wärmstens empfehlen. Wie immer wünsche ich euch viel Spass auf Zello und würde mich freuen über einen Daumen nach oben oder sogar über ein Abo von euch. Danke, bis zum nächsten Video. Danke, bis zum nächsten Video. Danke, bis zum nächsten Video.